Als wir uns getroffen haben, war es vor zwei Jahren. Das waren halb erwassene und beide. Jetzt sind sie erwassene Hunde. Es kann schon etwas passieren, dass die Schwierigkeiten angenommen werden. Oder wenn sie so etwas ausstehen. Das ist nicht grafisch. Am besten nicht eingreifen. Wenn man hingeht und sagt, hör auf, hör auf, ist es manchmal eine Herausforderung. Dann würden wir jetzt mal die Kleine abnehmen. Und dann nehmen wir das Halsbändchen ab. Dann geben wir ihm noch das letzte Wort. Das ist ein Lieben, ein Bras oder was er auch ist. Und dann ... Ich sage es dir gerade, jetzt macht ihr alle rechts und kehrt. Jetzt schaut den Hund nicht mehr an und läuft uns nach. Es ist alles so weit. Also gut, dann rechts und kehrt und fortlaufen und den Hund lassen. Das spät auf der Hand. Jetzt kommen Sie, ich bin nicht auf, wenn wir jetzt irgendwas sagen. Mama, das ist die Halsbarnisse. Das ist die Halsbarnisse. uma schlägt... Was ist die Halsbarnisse? Das ist das sehr sehr movies, was sie personen. Das ist die Halsbarnisse. Ja, was? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020